Hallo ihr, ich stelle euch heute die App Instagram vor. Mit dieser App könnt ihr Fotos und Videos mit euren Freunden teilen. Wenn ihr die App öffnet, seht ihr erst einmal alle Bilder von den Nutzern, denen ihr folgt. Hier ladet ihr ein Bild oder Video hoch und könnt dabei auswählen, ob ihr direkt eines aufnehmt oder eines aus eurer Galerie wählt. Jetzt seid ihr im Bearbeitungsfeld, wo ihr zwischen verschiedenen Filtern und Einstellungen wählen könnt. Hier speichert ihr die Änderungen. Jetzt ist das Bild hochgeladen, erscheint auf der Hauptseite und kann von allen Leuten, die eurem Profil folgen, bewundert werden. Hier ist auch gleich die Erforschen-Seite, auf der alle Bilder sind, die bei anderen Nutzern ganz besonders beliebt sind. Ganz rechts könnt ihr auf euer eigenes Profil gehen und dort einstellen, welcher Nutzerkreis, öffentlich oder nur bestimmte Nutzer, eure Bilder sehen darf. Instagram darf laut AGB ab 13 Jahren genutzt werden. Ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr keine intimen oder peinlichen Bilder hochladet. Und zudem solltet ihr euch über mögliche Gefahren im Hinblick auf den Datenschutz vorher genau informieren. Die Infos dazu findet ihr auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch jetzt noch einen schönen Tag und bis bald. Nachbar! Untertitelung. BR 2018